Lang, lang ist sehr, dass ein neues Video kam, aber ich habe mir einfach ein bisschen Zeit genommen und habe auch viel Zeit gebraucht wegen Schule. Aber jetzt gibt es hier ein neues Video zu einem ganz besonderen Thema, der dritten Trilogie laut George Lucas. Wie wir alle wissen, hatte George Lucas selbst Pläne für eine Sequel Trilogy. Hätte er Lucasfilm nicht an Disney verkauft und wäre wahrscheinlich die Prequel Trilogie besser angekommen, hätte er diese wahrscheinlich auch durchgezogen. Und da ist jetzt letztens ein sehr interessantes Zitat rausgekommen, über das ich einfach gerne mal reden möchte, in dem er über seine letzten drei Filme in der Star Wars Saga geredet hat. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Interessant, was er da zu sagen hat, finde ich. Also er hätte die letzten drei Filme mehr auf die Macht konzentriert und wie die Macht funktioniert und wie die Wills, die mikrobiotisch, ist das ein deutsches Wort? Ich weiß es nicht, dass die irgendwie in unserem Körper oder sowas sind oder dass sie ganz kleine Teilchen sind eigentlich rein theoretisch, dass sie die Wesen sind, die das Universum kontrollieren und von der Macht selbst leben. Ja, das ist sehr interessant. George Lucas hat ja schon in Episode 1 mit den Midichlorianern angefangen, die Macht genauer zu erklären und auf Teilchenebene auch ein bisschen zu erklären. Zumindest nicht ganz Teilchenebene, aber kleiner. Er hat sie zerkleinert sozusagen, die Macht. Dementsprechend ergibt das schon Sinn, dass er sowas vorhatte. Ja, das stimmt. Herr, ich habe gehört, Yoda zu sprechen, über die Midichlorien. Ich habe mich gefragt, was die Midichlorien sind? Die Midichlorien sind eine Mikroskopik-Liveform, die in allen Living-Sales leben. Sie leben in mir? In deinen Hals, ja. Und wir sind Symbionisten mit ihnen. Symbionisten? Weil er hatte, glaube ich, nach Episode 4, hatte er angefangen, die Macht weiterzuentwickeln. Und er hat jetzt nicht in Episode 1 angefangen, auf einmal von Midichlorianern zu sprechen. Er meinte ja auch, dass er sich das von Anfang an irgendwie so vorgestellt hat, bloß halt nie wirklich erwähnt hat. Und, ähm, dementsprechend ergibt das schon sehr viel Sinn, dass er das so machen wollte. Und, ähm, ich finde es auch sehr stark von ihm. Oder es zeigt, dass er, ähm, wie viel Selbstbewusstsein er hat, dass er es trotzdem durchgezogen hätte. Ähm, obwohl alle Episode 1 und, ähm, die Midichlorianer eigentlich gehasst haben. Finde ich krass, dass er es trotzdem gemacht hätte, wenn er nicht verkauft hätte. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Ich glaube, hier wurde er so ein bisschen, ich glaube, er bereut es so ein bisschen im Nachhinein, dass er Lucasfilm verkauft hat. Er hat ja damals beim Kauf, ähm, oder beim Verkauf an Disney, hat er ihnen ja auch für Episode 7 bis 9, ähm, Storytreatments gegeben. Von denen Kathleen Kennedy aber gesagt hat, nein, die wollen wir nicht. Wir wollen selbst machen. Weil dann wäre immer noch dieses George-Lucas, dieser George-Lucas-Stempel drauf gewesen. Ich hätte es wirklich extrem gerne gesehen. Mich stören die Midichlorianer nicht wirklich, weil ich von Anfang an damit konfrontiert war. Ich kannte keine Welt, wo Midichlorianer nicht existieren, sozusagen. Ähm, dementsprechend war das für mich jetzt nichts Schlimmes. Und George-Lucas hatte schon immer ein größeres Verständnis oder eine große Idee, eine große Idee, eine Idee, wie die Macht generell ausgebaut ist. Viel davon haben wir im Clone Wars gesehen. Zum Beispiel die, ähm, der ganze Mortis-Story-Ark, ähm, war ja eigentlich die, die Expandierung, die Ausweitung der Macht, ähm, mit dem Vater, der Tochter und dem, äh, dem Sohn. Und das ist, es ist wirklich, ich mag diese Art von, ähm, wie die Macht ausgeweitet wird und weitererzählt wird. Und das hat man auch viel in Rebels gesehen, wo ja Dave Filoni, der ja von George Lucas gelernt hat und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch Sachen, die George vorhatte, George, die George vorhatte, immer noch weiter geführt hat. Wie zum Beispiel die World Between Worlds, ähm, die Welt zwischen den Welten, womit man diese Zeitreiseportal hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch eine Idee aus, ähm, Lucas' Kopf ist. Und, ähm, dementsprechend, ich find's ziemlich cool. Ich mag einfach, ich mag dieses Mystische an Star Wars, diese Macht. Ich hätte es wirklich sehr gerne gesehen und ich find's ein bisschen schade im Nachhinein, dass es, dass es diese drei Filme wahrscheinlich nie geben wird. Find ich ein bisschen schade, aber, ähm, ja, es, es ist sehr interessant. Ich, ich mag die Idee, dass es, dass es so ganz auf Teilchenebene, dass es irgendwas gibt, was alles kontrolliert und von der Macht lebt und mit der Macht zusammen irgendwie eine Symbiose bildet oder sowas. Es ist, es hört sich sehr cool an. Und dass er es trotzdem gemacht hätte, obwohl alles ist, alle wahrscheinlich es gehasst hätten, einfach damit die Story von Anfang bis zu Ende erzählt ist, ähm, zeigt eigentlich, dass er halt wirklich straight einen Plan hat. Und das, was jetzt Disney und Lucasfilm momentan nicht wirklich hatten für ihre Sequel-Trilogy, ähm, was halt einfach cool gewesen wäre, seine Story von Anfang bis zu Ende, ähm, zu sehen. Und das find ich schade, dass er nicht die Chance dazu hat jetzt mehr. Äh, aber einfach damit's gemacht worden ist und danach auch nichts mehr, das wär wirklich das Ende für ihn gewesen, ich hätt's einfach cool gefunden, es zu sehen. Und vielleicht kommt irgendwann, wenn er stirbt oder so, ähm, vielleicht wird dann so veröffentlicht, hey, das wären meine Story-Treatments gewesen. Hey, da seht ihr mal, da, ähm, wär auch viel Hate da gewesen und das Fandom wäre bestimmt noch mehr zersplittert, als es jetzt gerade schon bei die letzten Jedi und Solo der Fall ist. Aber, meine Geschichte wär zu Ende gewesen und ich hätt's einfach durchgezogen und es ist mir egal. Und das find ich eigentlich sehr cool, seine Einstellung da so. Hauptsache, er will seine Geschichte, es geht hier um ihn und nicht um die Fans wirklich. Und das find ich eigentlich cool als Story-Teller, dass man eben nicht zu sehr auf die Fans hört. Und dass man eigentlich das macht, was man selbst als Story-Teller, was man für eine Vision vor Augen hat. Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil es gibt immer Leute, denen irgendwas nicht gefällt und wenn man sich nach denen richtet, dann wird die Geschichte nicht so gut, wie man es sich selbst eigentlich vorstellt. Oder wie man es selbst geplant hat. Dementsprechend, ähm, eine sehr gute Einstellung. Und ich, ja, ich will es sehen. Ich wünschte, es gäbe eine alternative Realität, wo diese Filme existieren. Es gibt's bestimmt, aber wir werden sie nie erleben. Autsch. Naja, ich habe Hoffnung, dass irgendein Regisseur in 10 Jahren oder sowas, oder Dave Filoni, dass er irgendwann zu George geht und sagt, hey, wie hast du dir das damals alles vorgestellt? Ich würde es sehr gerne machen. Weil das will ich sehen. Ich liebe die mystische Seite der Macht, alles, was mit der Macht zu tun hat. Deswegen sind Star Wars Rebels Staffel 2 und 4 auch meine Lieblingsstaffeln, weil es um die Macht geht. Alles auf Low Fall. Es ist so mystisch. Es ist so alles mit der Macht verbunden. Und wenn man das noch mehr im Detail erlebt und weiß, woher das alles kommt, das fände ich, ich finde, das hat, das reizt mich so ein bisschen. Ich finde das extrem cool. Ich habe einen tollen Vergleich gesehen oder gehört, dass es so ähnlich wie mit Religionen und dass man an irgendwelche höheren Wesen sozusagen glaubt, dass wenn man an Gott glaubt, dass man es nicht nur einfach so akzeptiert, wenn man richtig religiös ist, dass man dann auch mehr darüber wissen will. Und so stelle ich mir das hier auch vor. Man kann die Macht einfach so akzeptieren. Ja, die Macht existiert. Aber man kann natürlich auch, wenn man sehr darin vertieft ist und mehr darüber wissen will, dann könnte man so auch mehr erfahren. Finde ich, ist ein ganz guter Vergleich. Gut. Ich habe jetzt einfach mal meine Gedanken rausgelassen zu diesem Thema. Ich würde es sehr gerne sehen. Ich kann mir sehr coole Sachen damit vorstellen. Wie das mit Luke, Leia und Han irgendwie fortgeführt werden würde, weiß man nicht. Aber irgendwie wäre es bestimmt cool gewesen. Und ich glaube auch technisch gesehen wäre das bestimmt was ganz Interessantes gewesen. Ich wette, er hätte immer noch total auf Greenscreen gesetzt. Aber mit der heutigen Technik sieht es nicht mehr ganz so scheiße aus. Gut. Und ich hoffe, irgendjemand anders hätte diese Filme geschrieben. Weil die Prequels, ja, die leiden schon an Drehbuchschwäche. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Mich würde es sehr interessieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Möge die Macht mit euch sein. Und die Wills. Hoho.